Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast YouTube-Folge Wie werde ich im Internet sichtbar? Es geht um Social Media für deinen Online-Auftritt. Social Media und Internetportale sind wie echtes Leben. Du unterhältst dich mit Menschen, mit gemeinsamen Interessen und die Portale gestaltest du ähnlich wie dein Geschäft oder deine Auslage. Es ist deine Chance für einen weiteren Auftritt bzw. eine Präsentation von dir und deiner Tätigkeit im Außen. Hier im Podcast und auf YouTube und im Blog und natürlich auch im Buch zeige ich dir auf einfache Art und Weise, wie du Social Media und Online-Marketing für deinen Auftritt im Internet nutzen kannst. Die Frage, die mir am häufigsten gestellt wurde, ist Wie werde ich im Internet sichtbar? Wenn du im Internet sichtbar sein willst, findest du in diesem Buch, Blog, Podcast jede Menge Tipps und Tricks für deinen Anfang. Am Anfang lassen wir auch das ganze technische Schnickschnack einfach weg und konzentrieren uns auf den Spaß, die Möglichkeiten und Erfahrungen. Denn die beste Tätigkeit bringt dir nichts, wenn keiner davon weiß. Ist das was für mich? Soll ich mich im Internet zeigen? Ganz klare Antwort, ja. Aus der Praxis mit möglichst wenigen Fremdwörtern. Natürlich kannst du jedes Kapitel und jedes Wort bis auf die letzte Kommastelle zerlegen. Musst du allerdings nicht. Vor allem im Buch gebe ich dir einen allgemeinen Überblick über deine Möglichkeiten. Menschen bilden sich mittlerweile ihre Meinung über dich und deine Tätigkeit weitgehend auf der Grundlage der Sichtbarkeit und Präsenz im Internet. Bei der Stellsuche ist ein sichtbares und internationales Profil in den sozialen Medien häufiger eine Voraussetzung als ein attraktiver Lebenslauf in einer Ledermappe. Eine Portfoliomappe oder eine Postwurfsendung ist zwar nett, gibt es allerdings dazu keine Infos auf irgendeiner Plattform oder im Internet, bringt das absolut nichts mehr. Wie wird man also sichtbar? Hier gibt es einen leicht verständlichen Überblick über Social Media Kanäle, die heute verfügbar sind. Es ist für Maler, Musiker, Kleinunternehmer, Selbstständige, Einzelunternehmer. Und jede erdenkliche Branche kann in irgendeiner Form das Potenzial Internet für die eigene Sichtbarkeit nutzen. Egal wie abgelegen der Standort oder wie ausgefallen die Branche auch sein mag. Soziale Medien sind zu einem wichtigen Medium für Interaktion und Kommunikation geworden. Ähnlich wie das gute alte Telefon. Ohne eine aktive und konsequente Präsenz in den sozialen Medien wirst du im Internet nicht sichtbar sein. Produkt, Handwerk, Hobby oder Dienstleistung. Komplett egal. Auch für dich ist mindestens eine passende Plattform dabei, um dich kreativ und vor allem konstruktiv im Internet zu zeigen. Du suchst einen Leitfaden, der praktisch zielgerichtet und leicht verständlich ist? Hol dir hier den grundlegenden Überblick über die Möglichkeiten im Internet, deine eigene Homepage, vielleicht sogar deinen eigenen Blog und einige der bekanntesten sozialen Netzwerke zur Gewinnung von Neukunden und Bestandskunden. Weitere Details findest du in Zukunft natürlich hier im Podcast, auf YouTube und im Blog nochmal einiges nachzulesen und auf Amazon findest du auch das Buch passend dazu. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für dein Like, Daumen, Hochsternchen. However, denk bitte ans Abonnieren und wir hören uns. Ciao.